Hallo und herzlich willkommen im Papillon Delikat, hier im wunderschönen Parchim in der langen Straße, mitten im Herzen der Altstadt. Mein Convignon Marcel Reimer und ich betreiben seit 2014 hier Gastronomie, haben vor über einem Jahr unser Konzept gewechselt von einem Restaurant zu einem Bistro mit Feinkostgeschäft und Catering. Wir fühlen uns hier wohl, freuen uns, dass hier vor der Straße so viel los ist und viele Gäste uns besuchen. Das soll weiter so gehen und noch mehr werden. Dafür werben wir und freuen uns bei diesem Wettbewerb Erfolgsraum Altstadt dabei zu sein.